Willkommen zurück zu Valeries und Romans kleiner Potterwelt. Wie ihr seht, ist unsere Welt doch ein ganzes Stück gewachsen. Wir haben hier den Berg hinzugebaut. Roman hat die Seelandschaft jetzt schon ziemlich weit getrieben. Hier sehen wir auch einen kleinen Gebirgsbach und eine kleine Brücke darüber. Wobei hier also diesen Fall des Wassers sehr schön modelliert hat, wie ich finde. Und wir haben sogar gestern noch ein neues Set gekauft. Hinten die erste Flugstunde. Was dazu geführt hat, dass wir unsere Gebäude etwas neu arrangieren mussten. Und das werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch ein paar Mal machen müssen. Aber ich finde, es sieht schon sehr eindrucksvoll inzwischen aus. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ich hoffe, ihr mögt das. Und wenn ja, gebt uns ein Like. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.